Ich glaube, wir haben es dann eigentlich ganz gut aus der Halbzeit rausgekommen, wo John fast das Tor macht. Das ist natürlich schön gewesen. Dann hätte man noch mal über 40 Minuten Zeit gehabt und dann hätte, glaube ich, die Hütte auch gebrannt, wenn wir gleich das 2-1 machen. So war es aber nicht. Trotzdem haben wir ruhig weitergespielt, haben viele Flangen gemacht, vielleicht nicht immer alle gut reingekommen. Natürlich müssen wir arbeiten, dass die noch gefährlicher werden, dass wir uns da vorne reinhauen, dass die Jungs Tore machen wollen unbedingt. Das wird wichtig sein. Das ist auch für die Jungs wichtig. Wenn die Tore machen, dann gibt es auch Selbstvertrauen vorne und daran müssen wir arbeiten. Ja, die Hamburger waren in der ersten Halbzeit total effizient, haben zweimal aufs Tor geschossen, zwei Tore erzielt. Da haben wir uns ein bisschen ungläubig dann auch angeguckt, weil die Bälle dann zweimal auch zu ihnen gesprungen sind. Perfekt. War sicherlich ein bisschen Glück dabei, teilweise aber auch fehlende Aggressivität von uns dann in der Verteidigung. Da müssen wir einfach auch die zweiten Bälle klären und meinetwegen auch auf die Tribüne knallen, aber die dürfen dann nicht so frei zu den Hamburgern springen, dass sie nur noch einnetzen müssen. Das war schon sehr bitter und dann gehst du mit 0-2 in die Pause, musst natürlich dann umstellen, alles nach vorne werfen. Haben wir getan. Die rote Karte für mehr gegeben hat uns natürlich auch irgendwo in die Karten gespielt, aber danach haben wir halt teils unfassbare Chancen liegen lassen. Schon direkt nach der Hälfte hätten wir eigentlich den Anschluss machen müssen und dann läuft das Spiel denke ich anders, aber so kriegen wir dann in Überzahl noch das 3-1, was natürlich unfassbar ist aus dem Lauf über den halben Platz. Ja, das Glück war bei den Hamburgern heute und teilweise ein bisschen Unvermögen von uns. Peter, 3-1 verloren hier gegen HSV, ein sehr unglückliches Spiel. Woran hat es gelegen? Einfache Fehler. Einfache Fehler weiß ich nicht, ist ja nicht so hellwach in der Lösung von zweiten Bällen nach Standardsituationen und die Hamburger haben das richtig gut ausgenutzt und haben unsere Fehler halt bestraft. Das passiert manchmal. Dann habe ich den Eindruck, dass wir über 20 Minuten versucht haben, das in unsere Richtung zu lenken. Also vom Aufwand her, von dem kann man überhaupt nichts sagen. Ich glaube, wenn du dann 0-2 hinten bist, ist es in der Umsetzung auch ein bisschen schwieriger. Da war nicht alles richtig, aber ich habe den Willen und den Drang, das zu reparieren, der war da und das rechne ich den Jungs hoch an.